Hallo und herzlich willkommen zu Mario Orb of the Kings. Ich spiele jetzt weiter und habe gerade den Boss besiegelt. Ihr habt das zum Glück nicht gesehen. Es ging relativ schnell. Aber jetzt habe ich es hinter mir, also müsst ihr euch das nicht mit angucken. Doch, ich nehme weiter auf, Luca. Ah, ich bin fast mit dem Hack fertig. Ja, sehr toll, Luca. Ich weiß. Die hören dich bloß nicht so, wirklich. Schade, ne? Ich kann ja deinen Kanal unten mit rein posten. Mach das. Okay. Habe ich sowieso schon beim Intro, also. Ja, klar, verarschen. Hä? Ist das jetzt dein Ernst? Da steht... Da steht Game Crash It. Ey. Was ist das für ein Switch Palace? Und jetzt kommt Tetris Musik. What the fuck? Luca, ich schicke... Du musst dir das Empfehlen dann angucken. So was hatte ich auch noch nie. Was ist das für ein Auto? Wie ist das für ein Auto? Das ist für ein Auto. Weiby. So was darf ich bei YouTube leider nicht sagen. das ist sehr beschädigt hier ist langweilig springen hier irgendwie die blöcke hochkontakt oh 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 fuck you schnell schnell oh älter wieso braucht das so lange die schlechte oben raus weil da komme ich auch gar nicht raus glaube ich ich weiß es nicht und kann sich das nicht beeilen ja klar jetzt werde ich zerquetsche oder wie ich Hals Maul Hälter muss ich oben raus oder warte Fakki das will der von mir lass mich raus da will ich doch verarschen mach ich den roten switch palester und dann kommt er mit mir so scheiß tetris musik und dann alter ich hasse hier aus kann ich das hier irgendwo weißt was da jetzt steht sie gegen gott crash at any progress and all safe states are dead you need to buy a new super mario world game ach so jetzt weiß ich was los ist ich sollte mir mal die infokasten durchlesen boxen dich ich brauche 30 ich brauche 30 coins dass ich da wieder rauskomme weil da stand ich soll mir ein neues super mario kaufen da will mich bloß verarschen ey das macht mich so traurig ja tralalalala jaja jump wirst du eigentlich irgendwelche let's place 9 du machst du du machst nur dein lego star wars dings deine habe doch gesagt ich habe nein nein ich will da nicht rein wo ich habe so schulische angst ja 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 vielleicht komme ich da noch rein ich komme da noch rein selber gestellt wo ich immer voll glück ich will doch nur da rein man double grab coin dinge komme ich da noch ein hier muss ich ja alle coins für kriegen wir sind verarschen schaffe ich niemals ein luka du wirst spiel das ohne red switch palace kann ich mal schlägen für was brauche ich denn mit switch palace ich mache jetzt einfach die star world die macht spaß man kann da wählen ob da die schwerkraft an oder aus ist nicht vorbei habe ich schon ich muss ja mal wieder an machen weil ich das immer wechseln muss oh ja oink Die hören dich sowieso nicht, Luca. Doch ganz leise hören die dich, glaube ich. Stimmt, sollen sie ihre Boxen lauter machen. Habt ihr gehört, ihr sollt eure Boxen lauter machen. Alter Knappi, Knappi. Oder Luca kommt zu euch nach Hause und bringt euch allum. Er sagt, das habt ihr... Fuck you. Wie kann man, wie kann Freaky auf so eine Idee kommen? Und bin ich durch, bin ich durch? Ich bin grad mal beim Midwaypoint. Ja, ich bin... Nein, ich meine mit dem Level, du Affe. Ja, lelelelelelele. Warte, fuck. Oh, ich sollte nicht so ne lauter Geräusche machen. Oh, ich hab auch... Oh mein Gott. Und... Oh mein fucking Gott. Und... Ich dachte, grad wird... Will... Will er mich eigentlich verarschen? Das glaubst du nicht immer noch. Ein, leck mich doch am Arschloch, Alter. So, aber zocken wir doch mal Star Wars. Was... Welches Star Wars spielst du? Oh. Welches Star Wars spielst du? Ich kenne ihn nicht. Glaube ich. Doch. Weiß ich nicht. Kann sein. Guten Morgen. Nein. Oh, cooler Name. Oh, jetzt hab ich vergessen, wenn ich... anfangen... Oh, ich hab noch... paar Minuten, um aufzunehmen. Muss ich gleich anscheinend aufhören. Hören. Höhnen. Ach, ist nicht so schlimm. Ich kann auf mich warten. Nee, ihr könnt auf mich warten. Boink. Weißte, ganz... ...ehrlich, fick dich doch ein Po. Cooper stehen doch sowieso alle auf Popo Sex. Nicht, dass ich was gegen schwule Haare habe, aber Oh, Mann Ich fange hier gleich an zu weinen Nein, jetzt Oh Das ist auch so ein Helm Lord Helmchen Das ist Lord Helmchen Alter Attacke Attacke Geschafft Peace Witch Komm mit Auf die dunkle Seite der Macht Spring doch da rum rein, Mann Ich werde Makro, Makro, Mario aggressiv Ich hab Bock auf Bubble Tea Junge Spring doch mal, du Chinese, ey Scheiß Klempner, ey Ja, geschafft So Für was brauche ich den Scheiß jetzt Das sind nicht die Coins, das sind Oh Ich drücke Auf so ein Schwierig Hey, warum geht die Ich rat die aus Ich spring Na, da bist du auch dabei, also Luca Ich störe dir nicht, ich krieg diesen Scheiß Schalter nicht an Oh, das ist er ja schon, aber ich krieg ihn nicht mehr an Oh, und ich verabschiede mich für den Part Tschüss Ich komm 자기 Und ich